Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Momo und dem Jomo. Jawohl und wir haben wieder einen neuen Shader. Ich wechsle die Dinger andauernd, aber auch nur weil ich irgendwie unzufrieden bin. Andauernd. Nein, weil du so viel Spaß daran hast hier zum wechseln. Ja genau, ich habe so viel Spaß daran hier zu wechseln. Ja, der vorherige Shader war ja ultra hell. Der hier ist nicht ganz so mega hell, das ist wieder der Schokapick, aber das ist der Ultra. Und nicht der, den wir vorher hatten, da hatten wir den Dingswurms. Den Dingswurms, ja, ich kann mich ja gar nicht merken. Ja, das hier ist der Ultra, das sieht eigentlich fast genauso aus. Das sehe ich mir jetzt auch. Man muss aber auch sagen, das hängt auch viel vom Texturenpaket ab, wie hell oder dunkel der zu Shader ist. Nicht wahr, lieber Jomo? Ja, da hast du vollkommen recht, Gerlo. Welchen hast du eigentlich gerade drin? Ich glaube, ich habe den selben drin wie du. So, ich nehme ein bisschen hier, wir nehmen einfach Fichtenholz mit, wir gehen ja jetzt wieder nach Hause, oder? Ja, mal, aber. Hat mir auf jeden Fall vor. Ja, wollte ich. Oh, okay, den nehme ich aber nicht mit, den Baum. Oh, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Er ist jetzt hier. Okay. So, ich habe ganz viele Fichtenholz-Setzlinge. Hä? Fichtenholz-Setzlinge habe ich jetzt. Echt? Ja. Nehmen wir ein paar mit, können wir ein paar zu Hause pflanzen? Äh, den hier solltest du stehen lassen. Ich guck mal, dass ich hier noch den Einwanderer mitnehme, ne? Ja, blöb, blöb, blöb. Ja, wenn wir wieder zu Hause sind, brauche ich erstmal eine komplett neue Diamantrüstung, ne? Ja, du bist ja... Und Diamantwerkzeug. Ja, du bist ja gestorben hier. Ja, das war total geschickt, das war wirklich... Ja, und zu mir hat er noch gesagt, ich soll aufpassen. Der, 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 wo bist du denn jetzt eigentlich, Eierkopf? Ich bin hier hinten, ich baue gerade auch so einen Baum ab. Ach, da ist er, den wollte ich gerade abbauen, aber egal. Na, egal. Was ist das denn? Ey, guck mal, das ist auch mal eine gute Mischung, ne? Was denn? Fichten und Eichen. Ah, Tatsache. Voll cool, den lassen wir stehen am besten. Und den lassen wir stehen. Gut, den hier lasse ich aber nicht stehen. Ne. Ne, 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 den. Den nehme ich mit, glaube ich mir. Oh, was sagt denn der Kompass? In welche Richtung müssten wir denn nach Hause? Äh, in die hier. Das Holz jetzt. Über den Berg. Da hinten. So. Über den Berg da hinten? Okay. Über den Berg. Fichtnolz 26. Oh, das reicht nicht. So, ich muss mal gleich was gucken. Ja, was denn? Das Texturenpaket, wenn ich das jetzt wechsel. Was ist denn passiert? Momentchen. Ja, was da passiert, weiß ich. Wo haben wir es denn? Äh, meine Kraft, das ist... Wie das dann aussieht, meinst du? Ja, das ist 1,7,2, okay. Hat er das ja? Ach so, ich muss ja erst auf fertig drücken, damit er es wechselt. Das dauert immer ein kleines bisschen. Ähm, gib mir einen kleinen Moment. Ja, ich habe jetzt schon, äh, 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 35 Fichtnolzstämmchen. Echt? Ja, 20 habe ich auch, bestimmt. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber ich nehme so viel mit, wie nur möglich. Aber haben wir nicht so ein Zuhause welche? Fichtnolz? Das sieht auch ziemlich cool aus, ne? Hallo? Hä? Fichtnolz? Haben wir nicht Fichtnolz zu Hause? Ähm, doch, klar. Bestimmt, wo bist du? Äh, ich bin bei einem Baum, warte mal. Ah, guck mal, hier hinten. Ich bin bei... Hallo, hallo. Hey, wir müssen, äh, in die Richtung, wo ich hier stehe. Du musst zu mir kommen. Okay, ja, warte, ich baue... Dann komm ich jetzt zu dir. Dann baue ich hier hinten ab. Dann checke ich das mal hier. Oh, ihr sind sehr zwinge, Alter. Ja, dann nehmen die alle mit. Ja, du lässt sie einfach liegen. Hör mal. Ja, ich hab nicht da gedacht. Jung. Jung. Ich hab ne Schäume doch. Ja, okay. Weißt du eigentlich, wo man Melonen findet? Ne, ich hab keine Ahnung, wo man Melonen überhaupt findet. Na, soll's da oben. Hey, ey, ich brauch das. So, Jung und Tiefer gesetzt. So. Ach ja, der Baumann folgt uns übrigens nicht mehr. Der steht da hinten. Ne, wo ist denn der Baumann? Der steht da. Hallo. Der steht da. Ah, der steht da einfach nur blöd in der Gegend rum. Ja, dann lassen wir ihn einfach da doof rumstehen. Ja, machen wir auch. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Genau. Wenn der nix von uns will, dann wollen wir auch nix von dem. Du gehst in die falsche Richtung, Alter. Ja, ich weiß. Wir wollen doch langsamer nach Hause, oder nicht? Na, ich weiß nicht. Doch, wir gehen jetzt nach Hause. Okay. Über den Berg. 52 Stück hab ich jetzt. Ich brauch noch ein bisschen. Wie viel hast du? 52. Ich hab 26. Cool. Ja, ich brauch noch ein bisschen. Echt, wie viel willst du denn haben? Äh, 64 hast die Kälte schon gern. Ja, nur 64? Ja, aber wenig, wa? Ja, dann samm ich noch mehr. So, ich guck mal, dass ich hier hochschwimmen kann. So. Ey, das Wasser kannst du super als Aufzug benutzen, ne? Weißt du Bescheid? Weiß ich jetzt Bescheid. Sammels du noch was ein, oder? Ne, ich bin schon auf dem Weg hoch zum, äh, dem Berg hoch. Ja, okay, dann mach du mal, ich sammle noch. Und sammle, und sammle. Okay, ich bin jetzt recht oben. Ja, ich hab's geschafft. Äh, cool. So. Äh, but I don't see you. Where are you, Alter? Bin noch grad am abbauen. Äh, oh. Jetzt, du meinst, wo wirst du? Äh, wo ich bin? Äh, warte mal. Ich mach mal Fackel. Bio, bio. Ach, du siehst mich gar nicht. Ist nicht so schlimm. Nö, macht nix. Ich komm gleich. So, äh, ich schwimm einfach mal weiter nach oben, ne? Ja, mach mal. Schwimm du weiter mal nach oben? Wir treffen uns dann oben an dem Berg. Äh, hä? Alter, Alter. Das ist echt krass. Nein, 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 nein. Hoch da, hoch da, hoch da. Mensch, lass mich. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin oben. So, ich kletter jetzt ganz oben auf den Berg. Ja, mach mal. Und hier steht noch so ein einzelner Fichtenbaum, aber den lass ich stehen, weil der so cool hier. Boah, ist das ne Aussicht, Alter. Boah. Mega. Stehst du da oben? Ich bin hier ganz oben drauf. Wow, der sieht richtig geil aus. Cool. Bombastisch, wa? Ja, Mann. Der voll krass hat. Aber ist in der Frage, wo bist du, he? Ich bin, äh, ich mach Wald kaputt. Ich komm jetzt. Hm, wieder zurück. So, ich komm her, ich komm her, ich komm her. Okay, warte, ich bleib mal hier oben stehen. Da guck ich mal, mich dich irgendwo in... Ah, da bist du ja. Bin ich in die, geh ich in die richtige Richtung überhaupt? Hä? Geh ich in die richtige Richtung? Ja. Oh, Alter. Ist er irgendwo da oben? Hallo. Ah, ich guck dich direkt an. Ah, da. Optifine Zoom. Bei dem Baum. Ja, weiß ich, weiß ich. Linke Steuerung. Warte, geh jetzt auch mit rechts? Nein. Muss links drücken. Hallo. Mhm. Cool. Das ist voll stark aus, ehrlich. So, und jetzt musst du hier hochlettern. Na so hochschwimmen. Ah, super. Das ist wie so ein Aufzug. Ja. Viel Spaß. Äh, kann noch ein bisschen dauern, bis ich da bin. Ah, ja, Rasterzeit. Das ist echt cool, sowas. Also, so einen Aufzug könnten wir auch uns bauen. Irgendwohin. Oh, besser. Ich glaube, ich nehme wieder das Texturenpaket, oder? Das da? Ja. Das ist klasse. Ich weiß zwar nicht, welches das ist, aber... Meine Kraft. Was? Meine Kraft habe ich. Aha. Oder meintest du jetzt ein anderes? Nee. Ich meinte kein anderes. Ach, der unten ist ja so ein Kiss-Dings. Wie cool. Ach, da bist du. Okay. Guck mal, hier. Hallo. Hier. Rechts, hinter dir. Hinter dir. Hier oben. Ja, 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 ja. Da oben ist der... Ja, ich komme. Ich komme. Warte. Und jetzt. Äh. Ich bin gleich da. Da hinten ist Lava. Wie cool. Wo ist Lava? Irgendwo dahinten. Irgendwo dahinten. Okay, komm mit. Wir gehen weiter. Ja. Wir reisen einfach mal nach Hause. So. Ich sag, komm mit und er geht vor. Unglaublich. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Sind da Pferde? Nee, das sind keine Pferde. Mist. Da können wir nicht. Einfach unter. Dong, dong. So. Jetzt muss wir in den Fichtenwald. Guck dir das mal an hier. Wow. Das ist eine Höhle. Und in der Höhle ist wahrscheinlich Lava. Aber wir wollen gar nicht in die Höhle. Nee. Wollen wir nicht? Nee. Ich gehe trotzdem. Wir wollen nach Hause gehen. Ja, geh du mal nach Hause. Ich komme jetzt. Wow. Das sieht voll cool aus. Alter, hier sind einfach mal so Kiesberge. Stark. Wie krass ist das? Ey, das ist sowas von cool hier. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Verdammt. Das Spiel ist gerade einmal ganz kurz stehen geblieben. Okay. Macht nichts. So, ich komme wieder. Ja, kommen Sie? Ja, ich komme jetzt. Hier ist echt so ein mega Kiesberg. Hier ist ja wirklich... Wenn ich mal Kies brauche, hier gibt es Kies. Was? So, hier. Direkt hier. Wow, echt. Das ist ja ein cooler Kiesbaum. Berg. Entschuldigung. Berg. So. Kann das sein, dass wir ziemlich nahe zu Hause sind? Möglich ist es, man weiß es nicht. Was machst du? Nein, tu das nicht. Ich mach Licht. Voll krass, oder? Hä? Bei mir geht das irgendwie nicht. Doch. Doch, geht. Wassa. Äh, kann es sein, dass ich den... Ne, wir sind auch friedlich. Ich dachte schon, wir haben irgendwie ein Game-Rot an, aber... Ich leide an Hunger. Ich muss zwei Rohsteaks essen. Oh, oh. Wir müssen was witziges machen. Wir müssen was witziges machen. Komm mal her. Ja, bitte. Was heißt denn vor... Hahaha, hier zieh dir auch so ein Ding mal auf. Cool. Wo, da. Hemm weg und Kürbis drauf. Hemm weg, ah ja, warte. Das sieht total cool aus. Ist irgendwie witzig. Oh, ich sehe gar nichts. Oh, oh. Hallo. Ich seh, ich seh echt nichts. Guck mal, wie sieht das bei mir aus? Oh, sieht man, komm. Ja, sieht sehr... Das sieht auf jeden Fall geil aus. Aber ich seh echt nichts. Das ist doof. Ich lass dir mal an, wir gehen. Ich geh so nach Hause. Ja, mach mal. So. Ich find das echt witzig. Man sieht zwar nicht ganz so viel, aber es ist, äh, doch witzig. Ich bin der böse Typ. Ah, hab ich gerade noch erst erfahren, ne? Wusstest du, dass wenn du einen Kürbis trägst, der Enderman dir nichts tut? Ah, nee, wusste ich nicht. Das ist total bescheuert. Wenn du Kürbis auf dem Kopf hast, tut der dir nichts. Ja, weil der sieht ja nicht, dass du ihn ansiehst, ne? Naja. Wenn ihm diese Kürbisaugen ins Gesicht gucken, dann weiß der, der guckt mich an. Das sieht echt bekloppt aus. Ja, ne? Ja, aber bei dir sieht man auch mehr, ne? Ja, man sieht deutlich mehr. Aber muss mal gucken, wir sind in der richtigen, also wir sind auf der richtigen Spur. Ja, was sind das hier für Bäume? Sind das Fichtenbäume? Ja, das sind Fichtenbäume. Ganz sicher? Ja. Musst du mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Ja, muss ich mal kosten, du. Aber kosten, Junge. Ob das auch lecker ist, war? Ja. Ich glaube, wir sind wirklich fast zu Hause. Ah, da oben. Ja, das ist Fichtenbäume. Ja, hab ich doch gesagt. Mensch, vertrau mir doch, Alter. Ey, mach ich doch. Ich muss es trotzdem probieren. Doch, doch, doch. Äh, ne, was mach ich? Ehe, genau. So, ich bin jetzt gleich wieder... Wo ist denn der jetzt, ne? Hallo? Teepee. Teepee. Ja, teleportier dich, dann bist du direkt wieder bei mir. Teleportieren, teleportieren. Okay, machen wir das alles. Ich laufe wieder ganz, ganz schnell weiter, damit wir noch weiter sind. Machen wir das Lash. Teepee. Das ist echt schön hier. Ja, also ich finde die Landschaften in Minecraft richtig geil. So, ich bin auch fast schon zu Hause. Nur noch 10.000 Kilometer. Ne, ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Ich hab auch keine Ahnung. Leider funktioniert das ja mit diesen Mini-Maps nicht. Mit dem was? Mit den Maps. Und kaufen. Ja, ja, das stimmt. Leider. Das will irgendwie nicht. Wo wir sie, kommst du? Ja, ich komm. Ich renne ja schon ein bisschen wahnsinniger. So. Aber es ist echt schön hier, gefällt mir. Auch wenn die Kacke gerade ein bisschen glitscht, buckt und sonst was macht, was irgendwie am Shader liegt. Ich kann das ja nicht sagen. Schade finde ich, dass wir keine, äh, ähm, ähm, äh, dunkeln. Keine wassers? Dunkeln Eichenholz. Oho, blub. Diese Schwarz-Eichen, ja genau, dass wir keine Schwarz-Eichen gefunden haben. Ja, das ist, äh, tatsächlich doof. Äh, hätte ich gern gefunden, aber gut. Müssen wir uns vielleicht später mal wieder auf die Reise machen und dann woanders gucken, ob wir welche finden. Ja. Das wäre schon ganz cool, wenn wir welche finden, ne? Mhm, das wäre echt super. Äh. Oh, Boxer. Was? Oh, ein Panda! Hey, Panda! Oh, hey, Panda! Hey, Panda! Hey, Panda! 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 Da, 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 da. So. So, äh, jetzt langsam mal hier hoch. Zu Hause? Was ist los? Zu Hause jetzt, wo es am schönsten ist. So. Okay, ich bin gleich da. Glaube ich. Glaubst du? Ich glaube auch, dass ich gleich da bin, aber... Ne, wir sind auch ziemlich weit von zu Hause entfernt. Ja, bist du sicher? Ja, bin ich mir. Da bin ich mir 100% sicher. Juhu! Juhu! Oh, eine Baby sicher. Keine Ahnung, wo du bist, aber ich renne einfach mal los. Da z.B. ich einfach noch mal zu mir. Oh, da hast du schon dreimal heute in der Folge gemacht. Fässig sind. Das reicht dann schön nicht. Ja, du läufst ja auch immer weg, ey. Ja, ich will nach Hause, Mensch. Was? Ah, der Befehl war falsch, habe irgendwas falsch gemacht. Hast du ein Slash gesetzt? Ja. Slash, TP, Abstand. Dann hast du meinen Namen falsch geschrieben. Ja, der ist so lang und so schwer. Ja. Ja, geht doch. Geht doch. Ey, krass. Gut, krass, Mann. Ich glaube, wir haben noch einen sehr, sehr weiten Weg. Oh, wow, das war knapp. Ich dachte schon, ich will hier reißen irgendwie weg. Oh, ein Schwein. Schweinereiten müssen wir auch mal machen. Das ist bestimmt cool. Ja, Schweinereiten. Ja, doch, das wäre eine coole Idee. Machen wir uns einen schönen... Oh, da sind noch mehr Schweine. Soll ich mal Monster anmachen? Einfach mal zum Spaß. Ja, hast du mein Schwert? Ja, klar. Mein Superschwert habe ich. Ja, ich habe auch kein Schwert. Du hast doch eine Werkbank, oder? Ah, ich habe auch eine Werkbank. Ja, ich habe sogar Sticks und Eisen. Hier. Cool, Eisen brauche ich. Schmeiß mal rüber. Einen Ofen habe ich auch. Und hier ein bisschen Holz für den Ofen. Hast du kein reines Eisen mehr? Nee, leider nicht. Habe ich alles für meine Rüstung gebraucht. Okay. Dauert eh ein bisschen, bis die kommen. Ich mache auch nur auf einfach, damit wir nicht so unglaublich viel kämpfen müssen. So, Park. Da müssen wir Ofen. So, Eisen muss ich. Ich muss das einschmelzen, das Eisen. Super sinnvolle Konstruktion. Ich habe sowieso keine Sucke. Ah, okay, das geht. So, was habe ich eigentlich alles dabei? Ich habe ja wirklich alles. Oh, es wird wieder heller. Ja. Du brauchst nur zweimal Eisen, ne? Okay. Ja, ich mache direkt mal volle Pulle, dann haben wir das fertig hier. Dann haben wir das fertig hier. Boah, ist auch eine schöne Aussicht hier. Warte, das muss ich auch angucken. Wow. Und da müssen wir rüber, in die Richtung. So, mein Kompass sagt, da muss ich... Ja, wir müssen da hinten rüber. Okay. Alles schaffen. Glaub ich. Ja, in die Richtung, quer durch einmal. Durch den Wald. So, mein Hof nehme ich wieder mit. Ja, man hat den Erfolg zu den Waffen erzielt. Wie cool. Was neu erfolgt hat. Ja, man, ich habe neuen Erfolg. Cool, yeah. Was wird sich da für die täglichen? Ne, du nimmst ja noch mit. Du kriegst ja schon hin. Dann lass uns mal losdüßen. Jo. Monster sind zwar an, aber es kommt irgendwie nix. Ne, haben alle keinen Bock. Nur Angst vor uns. Idioten. Wir sind gefährlich. Nein, sind wir nicht. Nein, wir sind wir auch nicht. Also ich bin gefährlich, aber du nicht. Du bist so ein Eisenschwert, Alter. Du kannst gegen meinen Diamantschwert überhaupt nicht ankommen. Wie, warum hast du denn ein Diamantschwert? Das habe ich mir doch schon, was weiß ich wann, gemacht. Das konnte ich sogar noch retten. Ach so, das war ja, das war das Stück, was man retten konnte. Okay. Kommen wir jetzt. Ne Wüste? Oder ist, ne, das ist nur ein Strand. Hier ist Sand. Hier war ich schon mal. Die kenne ich, die Gegend. Ja? Ja, ich glaube schon. Gleich zu Hause. Na, dauert noch ein bisschen. Ah, gut. Aber wenn du die Gegend kennst, dann ist das ja gut. Äh, hast du noch ein Boot? Nee. Gut, dann mache ich uns zwei Boote. Okay, mach mal. Der Bootmann macht das schon. So, abends habe ich Fichtenholz. Äh, ein 64er Stick, 34, 68, 98 habe ich. 98 was? Äh, Sticks, äh, Holz. Cool. Cool, ne? Sticks. Äh, ne, nicht 98 Sticks, äh, 98 Meilenblöcke. Ja, dein Boot parkt hier. Also es liegt im Wasser. Super. Ich fahre schon mal vor, ne? Ja, mach du mal. Fahr du mal vor. Ich, äh, komme jetzt hinterher. Oh, da ist direkt eine Insel. Die ist schön, die Insel. Ich komme, ich komme. Ich werde direkt auf der Insel hier an Land gehen. Ja, mach mal. Wie kann man eigentlich das Boot nochmal mitnehmen? Wie war denn das nochmal? Mit der Axt. Die musst du mit der Axt einmal draufhauen, dann kannst du es wieder mitnehmen. So, ich, äh, mach mich mal weiter auf den Weg. Ah, ah, ich wäre fast umgefallen. Oh, wir müssen Schluss machen, Alter. Kommst du? Wo bist du? Ja, ich sammle gerade mein Boot ein. So, hab das Boot. Hast du? Ja. Oh, da sind gefährliche Kühe. Gefährliche Kühe. Okay, sollen wir Schluss machen? Ja, dann lass uns mal an der Stelle Schluss machen. Genau, dann machen wir jetzt ein Täuschen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass ihr dann in der nächsten O-Media einschaltet. Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.